Wie Musik unsere Kinder ruiniert. Shirin David am Devil Signs machen, oder was? Okay, meine Hutzte, wieso das denn? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns mal wieder ein Video rein von Ein Goll an. Wie Musik unsere Kinder ruiniert. Ich bin gespannt, was hier passiert, denn ich wollte eigentlich gestern schon auf das Video reagieren und das Video war auf einmal verschwunden. Aus mysteriösen Gründen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt, ob die Videolänge sich verändert hat, ob sie was rausnehmen musste oder so. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren, warum das Video auf einmal einen Tag weg war und heute wieder da ist. Aber wir nutzen jetzt die Chance, solange es noch da ist und ziehen uns das Ding rein. Liebe geht raus an die ganze Community, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, es geht los. 360p? Da wird irgendwas verarbeitet, Freunde. Da ist irgendwas im Busch, meine lieben Freunde. Wie 360p? Wir geben uns jetzt die miese Qualität hier, 360p. Let's get it on, man, Alter. Und los. Shirin David am Devilscience machen, oder was? Okay. Meine Hutzte, wieso das denn? Viele von den... Oh shit. Haben wir gut Stopp gemacht hier, wa? Viele von den Sachen haben wir natürlich in unserer eigenen Recherche auch schon studiert, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich glaube, das längste Video über die Musikindustrie war dieser eine Vortrag von dem jungen Mann. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das Video hieß, aber da hat er wirklich komplett alles auseinandergenommen. Musikindustrie, Hollywood. Satanistische Zeichen. Disney, die ist das. Das war auf jeden Fall, glaube ich, die mieseste Recherche in die Richtung. Aber wir gucken mal, was die einen Gollern hier noch zusammengefasst hat. Kiss it in, man. Thomas Kazumic, Kazunic, genau. Hallo, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tagschön. Begrüßt euch ganz herzlich. Das Thema des heutigen Videos ist die Musikindustrie. Viele von euch haben bestimmt auch schon mal ein Video gesehen, wie die Filmindustrie unsere Kinder ruiniert. Und natürlich gibt es viele Parallelen zwischen der Musik und der Filmindustrie. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch dort vorbeizuschauen. Heute schauen wir uns aber mal genau... Das haben wir uns auch gegeben. ...Musikindustrie an. Und ihr werdet hoffentlich am Ende auch verstehen, warum ich euch ebenfalls abrate, euren Kindern diesen Scheiß auf die Ohren zu legen. Natürlich wird nicht nur in Filmen mit Symbolik gearbeitet. Ja, es ist eine Sache, die ist echt schwierig. Umso mehr man realisiert, was alles dafür genutzt wird, um uns Messages rüberzugeben und unser Verhalten zu beeinflussen, umso schwieriger wird es sich noch normalen Mainstream-Kram reinzuziehen. Also ich persönlich habe in meiner spirituellen und bewusstseinstechnischen Entwicklung gemerkt, wie Musik mir teilweise negative Vibes gibt und Gedanken in meinen Kopf reinsetzt, die ich da eigentlich gar nicht haben möchte. Ich höre immer noch Musik trotzdem und manchmal höre ich auch immer noch Sachen, wo ich eigentlich... Also man hört dann auch immer mehr hin. Wenn das Bewusstsein steigt, dann hörst du immer mehr hin und dann hörst du hin, was erzählen die da eigentlich? Und dann realisierst du eigentlich erst, okay, was ist hier eigentlich die unterschwellige Message von dem Laden? Und dann merkst du, dass es eigentlich keine positive ist. Also seitdem ich bewusster geworden bin, habe ich meinen Musikkonsum definitiv krass verändert. Also viel weniger Hip-Hop, viel weniger, viel mehr Reggae, Afro-Music. Also Afro-Music ist auch sehr sexualisiert leider, aber da gibt es auch noch ein paar richtig gute Sachen mit guter Energy, mit guten Vibes. Und Reggae-Music ist halt so für mich gerade die aktuell die beste Musik, die ich mir anhören kann, weil da eigentlich immer eine deep Message ist, immer gute Vibes drin sind, immer ein gutes Gefühl am Start ist so. Und wenn du da hinhörst, was die erzählen, dann lernst du sogar was, da wird Knowledge verbreitet und so. Das ist eigentlich die einzige Musik, die ich auch ohne schlechtes Gewissen auch empfehlen kann, dass andere Leute das hören so. Alles andere ist leider sehr krass versaut heutzutage. Leider. ... dann auch in der Musikindustrie in Form von zum Beispiel Musikvideos, Handzeichen und Symboliken, die Stars auf der Bühne dann übernehmen und die viele Kinder auch nachmachen und warum das so gefährlich ist. Darauf gehen wir dann am Ende nochmal ein. Aber beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit diesen unterschiedlichen Symboliken und welche es da überhaupt gibt. In der aktuellen Deutschrap-Szene kann man sehr gut sehen, dass eigentlich jeder Rapper... Deutschrap! ...der erfolgreich... Grüße gehen raus, Digga, an die alte Gang, Digga. Deutschrap it in man, Alter. Oder auch neuerdings natürlich auch die Rapperinnen da draußen. Jeder, der von 0 auf 100 durch die Charts rast, das ist erstmal sehr... Durch die Charts, na Mann? ...wahrscheinlich, dass sowas passiert. Klar, man kann auch mal wieder sehr viel Glück im Leben haben, es sei den Leuten gegönnt. Aber es ist natürlich sehr verwunderlich, dass sehr, sehr viele Künstler, die vor ein paar Wochen noch ganz klein waren, auf einmal riesengroß sind und überall auf Platz 1 stehen und dauernd im Radio laufen. Warum ist das so? Wer steckt dahinter? Wer steuert das vielleicht auch? Und das ist ein bisschen... Also bei dieser ganzen Sache, ich bin ja selber auch Teil der Musikindustrie gewesen, das ist ein bisschen zu viel vermutet auch teilweise. Also es gibt schon Künstler, die einfach Mucke machen, die bei der breiten Masse gut ankommt. Und dann halt einfach abgehen und poppen so. Weißt du? Es gibt aber auch genauso viele Künstler, die auch jetzt hier teilweise eingebendet, da muss ich die Jungs auch ein bisschen in Schutz nehmen, in Anführungszeichen. Was sie dann später alles gemacht haben, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber es gibt auch Leute wie zum Beispiel den UFO, den sie eingeblendet hat oder auch die 187 Straßenbande damals und so, die haben ja jahrelang nicht wirklich krasse Aufmerksamkeit bekommen und sind dann auf einmal durch die Decke gegangen. Da muss man auch ganz klar sagen, das hat schon damit zu tun gehabt, welche Art von Mucke sie dann gemacht haben und es ist halt leider so, dass diese Art von Mucke, die negative Sachen verbreitet, sage ich jetzt einfach mal so, am besten ankommt in der Gesellschaft. Und die Sachen, die zum Nachdenken anregen und die, wo du hinhören musst und wo du dein Gehirn anschalten musst und so, dass die Sachen nicht so gut ankommen, weil die breite Masse halt einfach unterhalten werden möchte und leichte Kost haben möchte. Weißt du? Ja. So. Welchen Preis muss man zahlen, um so erfolgreich zu werden und so ein Star zu werden? Dazu später mehr. Erstmal schauen wir uns an, was in der aktuellen Deutschrips... Einer schreibt, Ufo ist voll im Satan-Film drin. Ja, ja, voll. Voll. I know. ...eigentlich so abgeht. Meine Einstiegsdroge dafür war natürlich Trau Kein Promi. Davon sind jetzt viele Videos auch nicht mehr vorhanden, aber... Oh, shit, Digga. Trau Kein Promi, Digga. Der ist auch mies in der Recherche drin, der Jutze. Bisschen zu mies für meinen Geschmack. Die da sind, kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen, denn der Gute nimmt eigentlich so gut wie jeden Rapper unter die Lupe und schaut da mal genauer. Ich glaube halt... Also, es gibt schon viele Sachen, ich habe mir auch von dem früher mal ein paar Videos reingezogen, es gibt schon ein paar Sachen, wo du denkst, okay, krass, aber es gibt auch viele Sachen, wo der einfach, glaube ich, viel zu viel dahinter vermutet, teilweise so. Weißt du? Er hat ja auch mal mit Keanu schon PA und so und ich kenne die Jungs auch persönlich und länger schon und so. Also, da ist schon mies in der Recherche drin, der Cousin. Wann seine Musikvideos anders sind als sonst, was er für Symboliken zeigt und vielleicht auch, welchen Vertrag er wo unterschrieben hat. Wir sehen in den Musikvideos nicht... Der Deus sagt, man kann nicht zu tief sein. Ja, Bruder, also, dass du das sagst, Digga, da wundere ich mich jetzt auch nicht. Wie Drogen, S*** und Waffenverherrlichung eigentlich normal ist, weil es überall präsent ist. Man hat dicke Karren, geile Weiber und das Leben läuft gut. Mega viel Geld, was man um sich herumschmeißt. Kolle, den Männer da. Das ist irgendwie in jedem Video so und irgendwann, als ich so 16 war, dachte ich mir so, hä, warum ist das so? Und es hat mich auch gelangweilt, weil ist das jetzt wirklich das Ziel? Wollen jetzt alle nur fette Karren, Weiber und Geld haben? Ja gut, schon viele. Ja, die meisten Jungs vor allen Dingen. Das ist einfach sehr auffällig gewesen, schon für eine 16-jährige Michelle, die sich dann dachte, hä, warum? Natürlich auch durch Prägung, weil wir natürlich auch damit aufgewachsen sind. Digga, ich hab mir auch immer mir die Ami-Rap-Musikvideos reingezogen und wollte immer so sein wie LL, Cool J und Nelly und so einfach geile Frauen haben, fette Autos und viel Cash und diese ganzen Sachen. Bis man zum Glück dann älter geworden ist und dann irgendwann das hinterfragt hat und gemerkt hat, das ist jetzt nicht wirklich das Ziel im Leben oder es kann nicht wirklich das ultimative Ziel im Leben sein. Aber damit wird dann halt auch gespielt. Wir werden halt in die Richtung beeinflusst, damit wir halt unser Leben lang irgendwelche Dinge jagen und nicht wirklich mal bewusst werden und aufwachen. Was ich sage, aber wenn wir uns genauer mit dem Symbolismus beschäftigen, dann haben wir Symboliken, die zum Beispiel auch von Freimau verwendet werden. Zum einen gibt es die exoterischen Symbole. Das sind Symbole, die für die Masse gemacht sind, aber auch Symbole, die von der Masse verwendet werden. Also einfach von Menschen, die ein Unternehmen gründen, die T-Shirts bedrucken, die einfach irgendwelche Symbole cool finden und die auch auf der Brust tragen oder im Internet posten oder was weiß ich damit machen. Aber das alles passiert unbewusst, denn man macht das ja meistens nicht mit Absicht und denkt sich, hm, der Stern ist jetzt eigentlich vielleicht ein Zeichen von den Freimau. Ich packe den jetzt aber in meine Instagram-Bio, weil ich das jetzt irgendwie cool finde, weil Sterne mag ich halt. Sondern das sind einfach so... Ja... Ich weiß nicht, Bruder. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, Bro, bei diesen Sachen, weil Stern heißt ja jetzt nicht gleich, dass du ein Illuminati bist oder ein Freimaurer bist oder dass es irgendwas mit was Negativen zu tun hat, Digga, oder? Sterne sind auch im Himmel, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Das ist mir ein bisschen zu... Also, wenn ich jetzt einen Stern in meiner Instagram-Bio habe, dann mache ich jetzt Teufelssymboliken oder was? ...die ungewollt benutzt werden. Dann gibt es aber noch die esoterische Bedeutung der Symboliken, die gezielt von eingeweihten Menschen, die darüber Bescheid wissen, was diese Symboliken bedeuten und für Auswirkungen haben können. Das sind Menschen, die diese Symboliken gezielt einsetzen. Es gibt Symboliken, die jeder von euch da draußen schon mal gesehen hat und jeder kennt, zum Beispiel die Pyramide oder das allsehende Auge. Pyramide und das Auge sind zum Beispiel auch auf dem Geldschein drauf. Da fragt man sich jetzt auch erst mal, warum? Nun möchte ich euch aber ein paar Beispiele zeigen, wie diese Symboliken von sehr berühmten Musikern früher als auch verwendet werden. Ich höre schon die Menschen, die jetzt sagen würden, hä, aber vielleicht ist das Zufall und jetzt ist es irgendwie cool ein Peace-Zeichen zu zeigen oder so. Also ich sag so, ich kann mir vorstellen, kann es dir einen oder anderen Situationen geben, wo du aus Zufall irgendeinen Sign hochwirfst? Ja, kann ich mir vorstellen. Gibt es viele Leute, gerade im deutschsprachigen Raum, die das einfach machen, weil sie das bei ihren Vorbildern in Amerika gesehen haben und nicht wirklich wissen, warum die das machen oder was dahinter steckt? Ja. Aber gibt es auch Leute, die bewusst diese Zeichen nach außen tragen, damit sie halt die Masse in eine gewisse Richtung beeinflussen? Hundertprozentig. Und so eine Geste zu machen und ja, vielleicht kommen Videos mit halbnackten Frauen auch einfach besser an. Da möchte ich ganz klar sagen, klar, natürlich kommen halbnackte Frauen immer besser an. Sex sells schon immer, auf jeden Fall. Auf jedem Werbeplakat kommen halbnackte Frauen besser an. Finde ich aber immer noch besser als halbnackte Trans. Falsches Thema. Es kann... Fühlig. ...war kein Zufall sein, dass jeder Künstler, jeder Musiker aus Deutschland, Amerika, wer weiß woher, die gleiche Symbolik verwendet und das in jedem Video. Ich meine, wir reden hier von Stars wie Madonna, Eminem, Bob Dylan, David Bowie, all diese Stars und die... Ja, ja, die sind halt schon, die sind, die sind halt... Also ich sag in Amerika, in Hollywood teilweise, da laufen halt Dinge hinter den Kulissen, die können wir uns wirklich nicht vorstellen. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da im Hintergrund sehr extreme Sachen laufen und da auch bewusst Dinge gemacht werden, um Leute zu beeinflussen. Generell einfach auch, wenn du mal guckst, was so mit den Stars passiert, gerade wenn die Jungen ins Business reinkommen, wie kaputt die mit den Jahren sind und wie die sich auch verändern. Auch Mädels, die als Mauerblümchen in die Industrie reinkommen, schöne Songs machen, sich vernünftig anziehen, eine relativ gute Message haben und dann nach ein paar Jahren schon irgendwelche verhurten Boss-Bitches sind, die nur noch nackt sind und Drogeneskapaden und dies, das, blablabla. Merkst du ja, dass das einen negativen Einfluss auf die Menschen hat und dass das eventuell sogar bewusst so gemacht wird mit den Mädels oder mit den Leuten, die in die Industrie reinkommen. Und das hört man ja gerade in Amerika immer wieder. Wenn du halt über ein gewisses Level hinauskommen möchtest, dann musst du Kompromisse machen. Und dann musst du Dinge tun, die vielleicht sogar gegen deine Ethik, gegen deine Moral gehen, weil Leute dir sagen, du musst das tun. Und für mich persönlich zum Beispiel, wenn es zum Thema Seele verkaufen geht, dann ist das ja schon, wenn du Dinge tust, die gegen deine Werte gehen, gegen deine Ethik gehen, gegen deine eigene Moral gehen, tust für Fame und Geld, dann hast du deine Seele verkauft, meiner Meinung nach so. Wenn du gegen das Göttliche, was in dir ist, was dir die ganze Zeit sagt, ey, das ist nicht richtig, so. Und dann machst du es trotzdem, weil du dafür Geld bekommst und das dann rechtfertigst mit, ja, aber ich kriege dein Geld, dann hast du einen Teil von deiner Seele verkauft. Das musst du dir bewusst sein. Und umso öfter du das machst, umso abgestumpfter wirst du. Und irgendwann bist du offen für diese negativen Energies und machst dann nur noch negativen Scheiß und hast gar keine Ethik und keine Moral mehr, weil du einen Preis hast für alles. So, weißt du. Wir haben alle mitgemacht. Wir sehen nicht nur das, was die Künstler uns zeigen in ihren Musikvideos, sondern auch zum Beispiel die Symbolik hinter. Und auch unabhängig jetzt, weißt du. Man kann immer sagen, Verschwörungen und das sind Leute, die dich beeinflussen und die sagen dir, du musst das tun und so. Das geht auch ohne, dass dich irgendeiner beeinflusst. Ich weiß das. Ich habe es an meiner eigenen Haut gemerkt. Wenn du anfängst zu merken, dass eine gewisse Message besser ankommt, wenn du anfängst zu merken, okay, ich könnte jetzt hier und hier meine Moral zur Seite legen und was tun, damit ich mehr Geld mache im Internet und mehr Aufmerksamkeit bekomme und diese ganzen Sachen so. Und dann in so eine Negativ-Spirale reinkommst, wo du immer mehr teuflischen Shit machst, ohne dass dich eigentlich einer beeinflusst hat, sondern es kommt aus dir raus. Es ist so, du hast den, das hat mal einer gesagt, du hast den weißen und den schwarzen Wolf in dir und ist die Frage, wen fütterst du? Weißt du? Wir haben alle diese, diese, diese dunkle Seite in uns. Füttern wir die, wird die größer und kommt aus uns raus, Bro. Und das ist teuflich meiner Meinung nach so. Kämpfst du dagegen und fütterst die, die gute Seite, die göttliche Seite, dann wirst du ein göttlicheres Leben führen und wirst strahlen und das kommt aus dir raus. Also jeder hat da seine eigene Entscheidung. Weißt du? Logo wie zum Beispiel von MTV oder... Viele sagen halt scheiß drauf. Ich will Geld, ich will Reichtum und heutzutage ist es denen egal. Ich will Fame, scheiß drauf. Ich mach alles dafür. Und mit Disney haben wir uns ja im letzten Video genauer beschäftigt. Jetzt gibt es natürlich ganz ekelhafte und verrückte Theorien, wie diese Menschen Was war denn hier los? ...ras geworden sind und zwar, dass sie schon von Kindheit auf dazu erzogen worden sind, vielleicht auch gefolgt worden sind, um irgendwann diesen Menschen, diesen Star zu kreieren. Ich glaube, mehr kann ich auf YouTube nicht sagen, aber wenn euch das interessiert, folgt mir gerne auf Telegram, denn da poste ich sehr, sehr interessante Dokus auch mal rein. Unter anderem auch eine Doku über dieses Thema, also schaut da gerne vorbei. Und falls ihr jetzt denkt, alter Michelle, du hast so einen an der Klatsche, wovon redest du eigentlich? Ich möchte euch mal kurz ein Beispiel geben. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer die Christina Aguilera an, denn Aguilera, den Mann, Alter, und los. Die war ein Kindheitsstar und dann so ein kleines Mauerblümchen und dann wurde sie immer bekannter, immer bekannter und irgendwann dann so bekannt. Eigentlich Britney Spears noch besseres Beispiel. Die auch als Sexsymbol umgeformt wurde. Das sehen wir nicht nur bei ihr, sondern zum Beispiel auch bei Miley Cyrus vom Disney Kinderstar. Ja, ja, die JungsInnen, die damals bei Disney schon Kinderstars waren, die sind alle also, dass da auch eine gewisse Beeinflussung stattgefunden hat, safe, bin ich mir sicher. Und wenn du so als junges Mädchen in die Industrie reinkommst und mit diesem Fame und Aufmerksamkeit und Geld verdienen und Manager tricht dann dir jeden Tag irgendeine Scheiße ein, mach mal das, mach mal dies, mach mal so, mach mal so, da gehst du schon von alleine kaputt. Da müssen die nicht mal irgendeinen MK-Ultra-Krass mit dir machen, so, da gehst du schon alleine, deswegen bist du schon psychisch labil, so. Ich merk das doch. Mann, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit stattfindet, der weiß, was das für ein Druck ist. Wenn du Person des öffentlichen Lebens bist und dein Leben quasi im Internet teilst und Leute jeden Tag dich beurteilen können und über dich urteilen können und du eigentlich richtig angreifbar bist auf allen Ebenen, dann macht das alleine schon was mit deiner Psyche so, weißt du? Bis zur verrückten, durchgeknallten Sexbombe, unter anderem auch jetzt, um mal in die aktuelle Zeit zu schauen, Shirin David ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel. Früher ganz... The fuck? ... jetzt, um mal in die aktuelle Zeit zu schauen, Shirin David ist natürlich... Was hat die da gemacht, Digga? Macht die auch so Onlyfans und so eine Scheiße jetzt? Sehr gutes Beispiel. Früher ganz normale YouTuberin, ganz normaler Mensch, ein paar Videos gedreht, dann irgendwann wurde sie sehr erfolgreich. Die sah früher viel besser aus, finde ich, Shirin. Ohne Plastik. So. Wo die noch natürlich war und noch normal geredet hat und so. Die war so... Die war cool. Ich hab die gefühlt, bevor die diese Transition gemacht hat, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Erfolgreicher. Und jetzt ist sie auch Musikerin und damals hat sie noch gesagt, ich würde niemals meine Brüste zeigen oder mein Popo zeigen und jetzt, du hast alles gezeigt. Das hat die auch so gesagt, ja, damals, ich kann mich erinnern. Die war mal eine normale Frau. ... was man zeigen kann. Haben die Leute natürlich recht, ich kann das nicht machen. Wir haben so viele junge Zuschauer. Ich mach auch keine Videos über, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, sorry, aber ich sag jetzt einfach ehrlich, ich mach jetzt auch keine Videos über meine Brüste oder so, weil ich keine Mädchen dazu animieren möchte. Ich möchte nicht das Mädchen sagen. Erzählt mir jetzt hier irgendwas von, ich würde auch keine Videos über meine Brüste machen. Ein Jahr später zieht sie sich komplett aus im Internet und, 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 ja, Moral, Ethik, alles weg. Das ganze Öffentlichkeitsleben hat nichts mit echten, realen Menschen zu tun und deswegen habe ich mich auch schon immer anders gefühlt und mein Ziel, ich schwöre auf meine Mutter, seitdem ich angefangen habe, mit YouTube und in der Öffentlichkeit zu sein, habe ich mir immer selber gesagt, du bleibst immer real und immer echt und immer ehrlich. Du verarschst keine Zuschauer, du verarschst keine anderen Leute, du stellst nicht jemanden dar, der du nicht bist im Kern, du versuchst immer echt und real zu bleiben. Egal, was dich das kostet so. Und ich habe immer gesagt, Realness setzt sich am Ende des Tages durch. Mal gucken, wann das der Fall ist, weil die realen Leute werden ja heutzutage einfach gecancelt und mit denen will keiner mehr was zu tun haben, aber ich glaube, am Ende des Tages sind das die, die eine wirklich echte Community die hinter sich haben, die merken, okay, das ist ein echter Mensch, das ist ein realer Dude, so, das ist ein echter Typ, so. Ich will das auch machen. Oh, ein kleiner Ratschlag, kein Mann, dieser wird nicht zum Starschatz. Und wenn wir unsere Augen öffnen und mit einem gewissen Bewusstsein, solche Musikvideos sehen oder das sehen, was die modernen Stars aktuell teilen, dann ist das einfach freizügig. Es geht um Sex, um Queerness, um Nacktheit und wenig um Musik. Also das ist eigentlich so das Letzte, worum es bei den meisten geht. Also Musik ist wirklich so, die meisten können ja nicht mal mehr singen. Schauen wir uns 24 Tim an, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber was ist das für eine Kreatur? Was soll das? Ach du Scheiße, was ist das denn? Und wird genau so ein Mensch so krass gepusht. Das ist wirklich ekelhaft in meinen Augen, aber auf ihn möchte vielleicht in meinem separaten Video nochmal genauer eingehen. Wir schauen uns jetzt aber genauer an, was hinter Universal steckt, denn das ist ja wohl ein Unternehmen, bei dem viele, viele, viele Künstler, die auch nach ganz oben gekommen sind, unterschrieben haben. Die abgekürzt UMG, die Universal Music Group, ist das größte Ich weiß noch, damals, ich habe den Haftbefehl damals auch extrem gefühlt und dann hat er bei Universal unterschrieben gehabt und dann kam irgendwie dieses Saudi Arabi Money Rich und dann sind da so Musikvideos rumgesprungen und so. Da hat mein Bruder mir gesagt, Bro, der hat seine Seele verkaufen. Er hat bei Universal gescheitert. Ich habe das noch gefühlt, weil mein Bruder hat mich beeinflusst mit Aluhut. Kam der in mein Zimmer rein. Ich habe gesagt, was feierst du den Bruder? Der hat seine Seele verkaufen. Drei Major Label neben Sony Music und Warner Music Group. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Major Label ein, denn ich denke mal, Universal müsste das bekannteste sein und im Endeffekt machen sie sowieso alle das Gleiche. Dieses Unternehmen hat sich damals aus mehreren Unternehmensgruppen gebildet. Saudi Arabi Money Rich, wer weiß noch, Digga, kann sich einer erinnern? Zu einer sehr großen Unternehmensgruppe, um das mal ganz einfach zu sagen. Und die Wurzeln von diesem Unternehmen reichen zurück bis ins 20. Jahrhundert. Das ist lange. Denn in dieser Zeit entstanden sehr viele Plattenlabels und Musikgruppen. Universal entstand also 1934 durch die Gründung der US-Niederlassung von Decker Records. Und der Künstler Karl Lemmels entwarf das Logo als auch den Namen für diese Gruppe. Universal war auch Teil der Music Corporation of America und wurde 1995 von Seagram erworben und später dann von Vivendi aufgrund hoher Schulden abgespaltet. Wenn wir ein bisschen weiter in die Moderne blicken, im Jahr 2011 kaufte Universal das Label EMI Music, kenne ich so jetzt nicht, für 1,9 Milliarden Euro. Das ist extrem viel. Und natürlich ist Universal Group einfach ein Riesenunternehmen mit ganz, 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 ganz vielen kleinen Zweigen von kleineren Unternehmen, die da aber zugehören. Wie zum Beispiel Virgin Records, Capital Records, Chapter One, Republic Records und deutsche Grammophonen. Ich würde gerne mal wissen, was in so... Mit Chapter One hätte ich mal fast, fast enger zusammengearbeitet damals. Ich war auch bei Universal, wo ich meine Straßenumfragen und so gemacht habe und meine Comments-Café-Geschichten. Da war ich bei Warner, bei Universal und bei Sony war ich nicht, glaube ich. Haben wir geredet, wie wir kooperieren können und so. Weiß ich noch. Aber nach meinem Corona-Video war alles vorbei. Und das ist halt das Ding so. Weißt du? Das ist halt das Ding. So, du darfst halt dann nicht wirklich aus der Reihe tanzen. Hat man ja an vielen Beispielen auch gesehen. Ich glaube, Hanibal hat auch mal irgendwas mit Palästina erzählt und so und hat dann auch seinen Universal-Vertrag verloren. Bei Samra war ja mal diese kontroverse MeToo, dies, das, hat direkt seinen Vertrag verloren. Es ist halt ganz einfach. Die müssen nicht mal jetzt irgendwie, die müssen jetzt da nicht irgendwelche großen Beeinflussungen machen oder so. Die müssen einfach nur sagen, ey, guck mal, diese und diese Themen, die sprichst du nicht an. Fertig aus. Und wenn du die ansprichst, dann hast du den Vertrag verloren. Da fragen die Leute auch nicht mehr wirklich nach, sondern sagen, okay, alles klar, Chef? Sag ich nicht mehr. Ich mache ein Entschuldigungsvideo und dann ist der Peter durch. Weißt du? So läuft das halt. Du darfst halt über gewisse Themen einfach nicht reden. Ist ganz easy. Da wird dir dann damit gedroht, dass du keine Sponsoren mehr bekommst und keinen Vertrag mehr, keine Verlängerung und dann bist du konform. Und das ist eine Sache, die ist halt extrem, finde ich, gerade bei uns in Deutschland, weil bei uns gibt es auch nicht so viele große Alternativen, sag ich mal, wo du noch weiterhin stattfinden kannst und Plattformen, auf denen du weiterhin stattfinden kannst. Bei uns ist es, wir sind Dorf, Deutschland ist richtig klein, weißt du? Da gibt es nicht so die großen Communities. Wenn du in Amerika mal gecancelt wirst vom Mainstream, die alternative Bubble ist auch extrem groß. Da gibt es noch tausend Podcasts, in die du gehen kannst. Es gibt nur, es gibt eigene Labels, Independent Labels, sag ich mal, mit denen du dein Ding machen kannst und so. Vielleicht dann nicht mehr auf diesem heftigen Level, aber es geht noch, Digga. In Deutschland hast du fast verloren, wenn du gecancelt bist und einmal eine falsche Sache ansprichst. Der Vertrag von Universal drin steht wahrscheinlich, dass man über alles interne schweigen muss bis zum Ende seines Lebens und noch weiter und dass alles, was man dort tun muss, um dort aufgenommen zu werden, natürlich auch geheim bleibt. Und das ist echt richtig pervers. Ich glaube, ich habe euch schon einige absurde Bilder gezeigt und ich möchte jetzt noch auf zwei Punkte eingehen, die meiner Meinung nach extrem selten beleuchtet werden. Zum einen habe ich mich mit dem Thema Streaming auseinandergesetzt und mit Frequenzen, Frequenzen in der Musik und was sie in den Menschen auslösen können. Fangen wir aber erst mal an mit Streaming. Ihr wisst ja alle, heutzutage kriegst du immer alles überall. Ihr habt wahrscheinlich ein Netflix, Amazon, Spotify-Abo und kann Musik hören, wann und wo er will und Filme gucken, wann und wo er will. Und das ist so ein Überangebot, dass viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht damit klarkommen und gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich früher war. Versetzt euch einfach mal in die Zeit, in der zum Beispiel eure Eltern jungen waren und damals war ein Date jetzt nicht wie heute so eine Hook-Up-Culture, wo man mit jedem in die Kiste steigt, sondern man hat sich vielleicht getroffen und vielleicht ist man auch zu einem nach Hause gegangen, aber dann wurde mal eine Schallplatte gehört, wie romantisch. Ich liebe Schallplatten, schick mir. Mal eine Schallplatte gehört, sagst du? Schallplatten, naja. Schallplatte, den Morphaka. Ich damit sagen will, ich als auch die Kinder, die jetzt geboren werden, wissen irgendwann gar nicht, wie das ist, wenn man nicht immer alles haben kann. Wenn man damals einen Film gucken wollte, ist man ins Kino gegangen oder hat Ewigkeiten gewartet, bis er dann auf DVD kam und weil man sich es nicht... Bruv, alleine Handy. So, wenn ich meine Kumpels treffen wollte, bin ich entweder zu denen nach Hause gefahren oder an dem Ort, wo wir uns immer getroffen haben und geguckt, ob die da sind. Da gab es nicht WhatsApp oder Instagram oder irgendwo Connecten und Ausmachen und so. Schule, nach Hause, Essen, da rausgehen, gucken, wer draußen rumläuft, Spaß haben, man draußen den ganzen Tag verbringen, abends nach Hause essen, schlafen, nächste Tag selbe. Festnetz angerufen aufentspannt manchmal, genau. Ich weiß immer noch, geklingelt, dann haben die Eltern aufgemacht, ey, ist der Dings und Dings da, hat der Zeit zum Spielen. Manchmal hat die Mutter gesagt, nein, der muss Hausaufgaben machen. Kennst du doch? ...heißen konnte, hat sich das einer gekauft und dann wurde es einfach gebrannt und davor noch VHS und dann hattest du immer nur verschiedene Spulen und ich weiß das alles ganz genau, mir wurde das ganz genau erklärt. Viele wachsen also in einer Zeit auf, in der das Überangebot... Stell mal Video auf Full HD, bruv, geht nicht. ...Normalität ist und jeder bekommt alles immer und überall, was natürlich nicht gut ist, weil wir lernen nicht mehr auf etwas zu warten und auch für etwas, was wir wirklich sehen wollen, einen Film, für den wir brennen oder eine Musik, eine CD, die wir unbedingt haben wollen, darauf zu warten und dafür auch zu sparen, auch unser Geld direkt für einen Künstler auszugeben, das geht ja heute gar nicht mehr. Wenn ich jetzt Spotify habe, bezahle ich die anderen Spasschen auch alle mit, die ich überhaupt gar nicht interessant finde. die Menschen sind einfach daran gewöhnt, dass sie alles zu jeder Zeit sehen und damals CD-Scope, da hat ein Album und ein Song auch noch viel mehr Wert gehabt, so. Hast du ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang ein Album gehört, so, weißt du, wie ich meine, kann ich mich noch dran erinnern, damals, wenn du ein Album gekauft hast, Bruder, jetzt, dann war das wie, das war wie, das war ein Event, Bro. Das Ding gekauft, Digga, bist nach Hause gegangen, ausgepackt, schön, CD in CD-Player rein, erster Song gehört, krass, zweite, krass, Digga, geil, paar Songs durchgehört, dann nochmal gehört, Schule gegangen, anderen Leuten gezeigt, ey, kannst du mir das Album brennen, Bruder, ich will das auch haben und so, Brenner gekauft, Digga, schön, Brenner gemacht, Digga, schön gebranntes Ding und einem Kollegen gegeben, weißt du noch, boah, das war geil, dann kam Bersher und so, dann habe ich auch nur noch runtergeladen, Schazam, äh, nee, nicht Schazam, äh, Bersher, Emule und, wie hieß das andere, nicht Schazam, sondern auch mit Z irgendwas, und mir selber ist das auch schon aufgefallen mit meiner Arbeit, also ich mache ja seit vielleicht, Kasa, genau, Kasa, geil, seit halb Jahren YouTube-Videos und in der ganzen Zeit habe ich es geschafft, jeden Sonntag, ich meine, jeden, jeden Sonntag ein Video hochzuladen, außer ein einziges Mal, weil ich so doll krank war, dass wirklich gar nichts mehr ging und ich habe mich trotzdem, weil ich so bescheuert bin, an meinen Laptop gesetzt und wollte anfangen zu arbeiten und meine Familie musste mich zwingen, dass ich jetzt sofort aufhöre zu arbeiten, weil es wirklich gar nicht mehr ging, ich war so doll krank, aber was könnte ich jetzt von mir lernen? Erstens, ich habe ein enormes Durchhaltevermögen und zweitens, Pausen sind auch mal wichtig. Naja, da gab es also diese eine Woche, in der ich kein Video hochgeladen habe und ich habe sofort Nachrichten bekommen, wow, wie kann das sein, heute kein Video, das geht gar nicht, anstatt wie gute Besserung, sieh erstmal zu, dass es dir gut geht, sorry und deswegen bin ich auch so dankbar, wenn Menschen mich noch auf anderen Plattformen unterstützen, weil sie ja aktiv ihr erspartes Geld für etwas nutzen, was sie wirklich unterstützen wollen und da kann man wirklich nur mehr als dankbar sein. Kommen wir aber nun zu weiteren negativen Fakten zum Thema Streaming. Es ist schon sehr oft passiert, dass Künstler, die eigentlich nichts drauf haben, auf einmal enorme Klickzahlen haben, denn die sind auch einfach nur im Internet und man kann sie manipulieren, denn Hacker gibt es immer und überall. Und dann kommt es vor, Safe ein Künstler auf einmal in den Charts landet mit gehackten Klickzahlen. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen, sowas. Außerdem merken wir ganz oft, dass alte Lieder mit wirklich cool war ja ein Ding. Viele haben gesagt, bei Mero oder bei Loredana damals. Wisst ihr noch, wo die gekommen sind, um die Ecke auf einmal? Erste Song, 100 Millionen Klicks, mehr als Drake. Das war schon komisch, Bruder, sage ich dir so, wie es ist. Ich weiß es nicht, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber komisch war es auf jeden Fall, dass sie auf einmal mehr Klicks gemacht haben als Drake. Aus nichts. Es wird einfach neu gemischt werden und ein neuer Titel wird dann da gebastelt und ein paar neue Wörter fliegen da rein und dann hast du wieder einen neuen Banger und es landet sofort in den Charts, wo ich mir so denke, wo ist die Kreativität hin? Also ich meine, das Einzige, was heutzutage kreativ ist, ist einen coolen Beat aus den 80ern zu nehmen und irgendwas. Hat mit Miami Yassin Kokaina angefangen. Bruderherz, aber Miami Yassin Kokaina, Bro, war wild. Sag ich dir so, wie es ist, Dicker, ich habe selber den Scheiß Song hoch und runter gehört. Das war, das hat unseren Kopf gefickt. Das war schon krass, Bro. Der Song war schon krass, Digga, weißt du, wie ich meine? Also krasseres Phänomen waren für mich dann so Mero und Loredana und so, weißt du? Diese mit Kokaina, damals KMN-Hype und so, das war schon real, Bro. Gefühlt. KMN war schon real, Digga, glaube ich. ...auf zu rappen, das kann es doch nicht sein. Zudem gibt es eine hohe Spekulation in der Musikindustrie, das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich... Vor allen Dingen, das waren noch die Ersten, die so diese Autotune-Filme und bla so auf Franzosen gemacht, so PNL, PNL, oder wie heißt die? PLN? PNL? Das hat schon einen Vibe gehabt, Digga. Das hat schon einen Vibe gehabt. Swift, die gefühlt, keine Ahnung, ein paar Prozent, wenn überhaupt, von ihren Millionen, Milliarden von Einnahmen bekommt, denn damals wurden ihre Musikrechte verkauft und jetzt wird mit diesen Musikrechten gehandelt und dann ist das wie an der Börse total verrückt, aber so ein Künstler, der eigentlich das meiste leistet, kriegt am Ende das wenigste davon ab. Aber genug vom Streaming-Thema, gehen wir mal zu den Frequenzen. Also ihr wisst hoffentlich alle, was eine Frequenz ist. Jetzt gehen wir rein, Digga. Frequency it in, motherfucker. Was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, welche Auswirkungsfrequenzen auf unseren Körper haben können. Ja, wichtig. Unsere menschliche, natürliche Frequenz liegt bei 432 Hertz. Das ist so der Einklang, mit dem wir uns als Menschen wohlfühlen und wo alles so neutral, so in Ordnung ist. Und die Musik macht das natürlich ganz schlau, um uns noch besser zu manipulieren. Die legen andere Frequenzen an, zum Beispiel alles, was über 440 Hertz hat. Das war aber früher mal anders, haben wir ja auch in dem einen Video gesehen. Das war mal anders und wurde dann geändert. Für den Körper unangenehm und bewirkt auch ein Unwohlsein in uns. Und natürlich werden Lieder mit diesen Frequenzen oder sogar noch stärkeren Hörungsfrequenzen produziert. Ich weiß, jetzt denkt ihr euch, Alter, was bist du für... Dapo sagt, sobald ich Autotune höre, schalte ich ab, da weiß ich sofort, der Boy oder die Girl kann nicht singen, rappen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Es gibt ganz krasse Leute, die krass rappen können, auch ohne Autotune, oder eine krasse Stimme auch ohne Autotune haben. Trotzdem mal Autotune benutzen sie. Kann ich dir so sagen, wie es ist? Ich habe auch eine gute Stimme und benutze Autotune manchmal, wenn ich Mucke mache. Ich könnte auch kein Autotune benutzen, aber manchmal ist einfach Vibe besser. Rotherik, Tante. Es ist aber Fakt, dass Frequenzen, die für unseren Körper nicht normal sind, negative Auswirkungen auf uns haben. Das Ding ist, ich glaube, bei Frequenz, bei Spotify wird alles, egal wie viel Herz du deine Songs aufnimmst und du renderst so, die werden, wenn du die bei Spotify hochlädst, automatisch in die andere Frequenz umgestellt. Bei YouTube ist das, glaube ich, nicht so. Da kannst du wirklich, wenn du einen Song auf deine, auf deine, also wenn du, wenn du ein Musikvideo oder einen Song mit deiner Frequenz und mit einer guten Frequenz gestaltest und den dann hochlädst, dann bleibt es gleich. Bei Spotify wird es, glaube ich, geändert. Bei denen sind sie manipulativ, habe ich eben schon gesagt. Hinzu kommt, dass sie auch noch depressiv machen können. Sie können uns brainwaschen, runterziehen, negativieren und sie können sehr negative Dinge in einem auslösen, zum Beispiel negative Gedanken oder Gedanken, die man vorher nie hatte. Ist so, ist so, hundertprozentig. Damals, wo ich das erste Mal Drillbeat angemacht habe, Drillsongs gemacht habe, auf einmal vom Teufel geredet. Einfach so. Einfach so, Bruder. Devil erwähnt und so einen Scheiß, weil es einfach so dark war. Noch voll viel Joints reingeraucht, Alkohol getrunken und dann diese Energy gehört. Und es ist immer noch leider so, dass wenn ich einen Drillbeat höre, Digga, dann denke ich so, boah, geil. Das löst was in einem aus, aber ja, ist halt nicht positiv. Genauso, wenn ich mir gute Musik mit guten Frequenzen reinziehe, Reggae und so, dann bin ich happy, dann geht es mir auf einmal gut. Ein Song kann mich von negativen Gedanken auch rausholen. Also es geht auch in die positive Richtung. Wirklich schlimme Gedanken, die man sonst nie bekommen würde. Wenn man zum Beispiel ein Lied auf einer niedrigen Frequenz hört und der Rapper frauenfeindliche und gewaltverheerendliche Texte rap, dann wird das in uns, ob wir es wollen oder nicht, manifestiert. Werfen wir jetzt aber mal einen Blick auf Beispiele in der aktuellen Musik- und Rap-Industrie. Hau mal rein jetzt. Damit können sich die jungen Herrschaften von euch wahrscheinlich besser identifizieren, und dann wissen sie auch, wovon ich rede. Also Nummer 1, die Shirin David. Sehr bekannte Frau, damals Shirin die Jutze. YouTuberin, dann wurde sie ein bisschen bekannter, hat da und da. Bei jedem ist es auch anders, wie man Sachen wahrnimmt. Aber es passiert trotzdem das Gleiche. Es kann sein, dass du noch nicht bewusst bist und es nicht wahrnimmst. Ja. Passiert es trotzdem in deinem Körper? Ja. Man hat mitgewirkt, hat schon ein paar Erfahrungen. Manche Menschen fühlen auch nichts, wenn sie sich gute Frequenzen reinziehen und dabei still sitzen und ihre Augen zumachen, weil sie es einfach nicht wahrnehmen können, weil sie nicht so krass in Touch mit sich selbst sind. Umso mehr du in Touch mit dir selbst kommst, umso mehr spürst du, was Frequenzen und Dinge, die du dir reinziehst, Filme, Videos, Musik, was es in dir auslöst. Wenn du nicht bewusst bist, fühlst du es halt nicht. Das ist der einzige Unterschied. Auch in der Musikszene gemacht. Also sie hat ja mal mit Ado Kojo dieses Du liebst mich nicht gesungen, was ich irgendwie, ich finde, das ist ein geiles Lied, aber das Original ist natürlich auch sehr gut. Einfach irgendein Lied adaptiert und nochmal neu gesungen, anstatt sich was eigenes auszudenken. Sehr schwach. Oh shit, die macht jetzt Beef mit Shirin David, oder was? Gut. Heute ist Shirin einer der bekanntesten Rapperinnen in ganz Deutschland. Boxkampf, Universum Boxing, ein Golland gegen Shirin David. Sind wir da oder nicht? Schlammkätzchen, Bruder. Ey, Universum, wenn ihr das macht, der Bruder hat Hack. Unfassbar krass, was die für einen Wachstum hinter sich hat. Und ob das jetzt gesteuert ist oder nicht, das möchte ich jetzt gar nicht genauer erläutern, aber wir sehen einfach faktisch viele Dinge, die sich bei ihr verändert haben. Zum einen, ihr Aussehen. Ich hoffe, ich finde das Video, dann schneide ich euch das rein. Damals gab es ein Interview, wo sie gesagt hat, sie würde niemals irgendwie mit ihren Brüsten oder mit ihrem Popo posieren, weil sie jungen Frauen nicht zeigen möchte, dass der Körper so wichtig ist, sondern das ist viel wesentlicher. Das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, ey, dann kommst du halt an einen gewissen Punkt, wo du dich entscheidest halt. Mach ich das jetzt für Geld und Fame? Und bei Mädels ist es halt so, dass wenn die freizügig sind, auf Bitch machen, so, ihren Arsch zeigen, Tiddies, BBL, dies, das, bla, bla, bla. Dann haben die mehr Klicks, mehr Likes auf Bilder, mehr Leute interessieren sich dafür. Es ist halt einfach so. Und dann musst du dich halt selber fragen. Und hier kann man es offensichtlich sehen, dass ihre alte Moral, Ethik und Einstellung so war, dass sie das niemals machen würde. Und dann ist halt der Fame gekommen, das Geld. Und Leute, die in ihren Ohren lagen wahrscheinlich und gesagt haben, guck mal, so und so kannst du noch mehr machen und so. Und dann hat sie sich ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich gesagt, komm, scheiß drauf. Ist ja nicht so schlimm. Dann mit ein, zwei Leuten geredet, die dann auch gesagt haben, ja, aber wenn du immer noch und ist doch alles gut und wir wissen ja, wer du privat bist. Und schön dieses, passt schon und schön reden, bla 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 und dann machst du das halt einfach so. Aber ich sage dir, wenn du sowas tust, in dir stirbt irgendwas. Und was haben wir heute? Was haben wir heute? Was hältst du in die Kamera? 2019 hat die Gute dann ihren Universal-Vertrag unterschrieben und komischerweise ging es danach extrem schnell ab und sie wurde bekannter und bekannter und bekannter. Um euch auch hier ein Beispiel. Aber man muss sagen, Shirin war schon fame, ne? Die hat schon Millionen Views gemacht auf Schminkvideos und so damals. Die hat schon harten Fame gehabt und wenn du dann Mucke machst, ist schon, also, ja, macht schon Sinn, dass die durch die Decke gegangen ist, sage ich mal so. In der Symbolik zu geben, schauen wir mal in ein Musikvideo von ihr rein. Ab Minute 220 sieht man ein kleines Mädchen, wie es einen Teller zertritt und in dem Spiegel sieht man dann Shirin. Das könnte jetzt im übertragenen Sinne eine Persönlichkeitssplitterung darstellen, wie sie auch sehr gerne gemacht wird und ausgeübt wird von bestimmten Gruppen. Und falls euch M*** Ultra was sagt, wisst ihr alle, wovon ich rede. Und falls nicht, dann recherchiert. Die Dame hat einiges an ihrem Körper Tschüss. Hat die jetzt gerade gesagt, dass die M*** Ultra mit Shirin gemacht haben, oder was? Ich weiß nicht, Bruder. ...Sinne eine Persönlichkeitssplitterung darstellen, wie sie auch sehr gerne gemacht wird und ausgeübt wird von bestimmten Gruppen. Und falls euch M*** Ultra was sagt, wisst ihr alle, wovon ich rede. Und falls nicht, Miese Recherche hier eingollern, wa? Recherchiert. Die Dame hat einiges an ihrem Körper machen lassen, nicht nur die offensichtlichen Dinge wie... Schönes Aluhütchen aufsetzen, Freunde. Plastik. Wir sind drin. ...oder Hintern, denn sie hat jetzt einen Brazilian Butt Lift und singt das, glaube ich, auch teilweise. Das ist voll traurig. Wisst ihr eigentlich, dass das eine der schlimmsten und gefährlichsten Schönheits-OP... ...OPs ist, die du machen kannst? Wie war das? Wie viel Prozent von den Frauen sterben, die das machen? ...stolz in ihren Liedern, wo ich mir denke, was ist das bitte für ein Vorbild? Brüste, Nasen und Auge machen lassen. Also wenn ihr euch mal Bilder anguckt, die Augen, also ich weiß nicht. Krass, Nase auch machen lassen. Crazy. Und die war nicht hässlich vorher. So. Finde ich es persönlich nicht, aber da können die Jungen... Ich fand sogar, die war früher hübscher. ...gerne reinschreiben, was sie davon halten. Ich finde es wirklich zu viel des Guten, kann man sagen. Grob zusammengefasst, das ist mir zu viel. BBL ist auch nicht... Ja, okay. Man guckt da gerne vielleicht mal hin. So. Das ist wie ein Spielzeug, Digga. Kann man mal mitspielen, aber... Ich finde es natürlich immer sexier. Gerade, ja, so. Es hört mich ab, wenn ich sehe, dass eine Frau komplett gemacht ist von oben bis unten. Zum Spielen, ja, aber so... Also generell bin ich einer, der sagt, natürlich ist immer geiler. Also eine Frau mit einem schönen Po, natürlich ist immer geiler als eine mit BBL. Immer. Interessant, hier und da. Und ich persönlich bin der Meinung, sie steckt da genauso drin, wie alle anderen bekannten Künstler und Musiker, die gelebt haben oder immer noch leben. Denn es ist alles eine Suppe, um das mal kurz auszudrücken. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat sie anders gemacht, meiner Meinung nach. Ich bin euch ganz ehrlich, sie ist in diesem Vertrag da drin, sie sieht so aus, wie sie aussieht, aber sie ist irgendwie sympathisch. Also alle anderen, die da unter Vertrag stehen und die gewisse... Wer ist sympathisch? Shirin, meint die jetzt? Sorry, ich hab nicht aufgepasst. Ich persönlich bin der Meinung, sie steckt da genauso drin, wie alle anderen bekannten Künstler und... Musiker, die gelebt haben oder immer noch leben. Denn es ist alles eine Suppe, um das mal kurz auszudrücken. Ja, das kannst du aber so nicht sagen. Das kannst du so nicht sagen. Du kannst auch Musik machen, Kunst machen, relativ erfolgreich sein, ohne irgendwelche teuflischen Sachen zu tun. Weißt du? Vielleicht, wenn du über eine gewisse Grenze hinaus willst, wird es schwierig. Ja, wenn du eine eigene Meinung hast, wird es auch schwierig. Wenn du true to yourself bist, wird es auch schwieriger. Möglich ist es trotzdem möglich? Ja, es ist möglich so. Ist es in Deutschland genauso wie in Amerika? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Glaube ich nicht, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass eine Shereen David so beeinflusst wird, wie eine Britney Spears damals oder so. Weißt du, wie ich meine? Ist ein anderes Level. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat sie anders gemacht, meiner Meinung nach. Ich bin euch ganz ehrlich, sie ist in diesem Vertrag da drin. Sie sieht so aus, wie sie aussieht, aber sie ist irgendwie sympathisch. Also alle anderen, die da unter Vertrag stehen und die gewisse Symboliken präsentieren und da in dieser Szene mitwirken, sind echt auch von der Persönlichkeit her so ein bisschen komisch, wenn man sich Interviews anguckt. Mh. Oder so. Aber ich muss ehrlich... Also da gibt es andere Kandidaten so. Finde ich nicht. Also ich weiß nicht. Mir fallen direkt drei Leute ein, die mir sympathischer sind. PA Sports, Haftbefehl. Keine Ahnung. Gibt es genug Jungs, die mir sympathisch sind, die auch einen Major-Deal haben. Weißt du? Denke ich mir manchmal, wäre geil, wenn die keins hätten und offen reden würden. Ja. Aber sind die privat wahrscheinlich gute, korrekte Typen? Ja. Ist jeder jetzt in irgendeinem Teufelsscheiß involviert, gerade in Deutschland, der einen Major-Label-Vertrag hat? Nein. Glaube ich nicht. Gibt es irgendwelche Leute im Hintergrund, irgendwelche Produzenten, Videoproduzenten und andere Leute, die dann Symboliken bei denen einschleusen? Kann ich mir gut vorstellen. Machen das manche Leute einfach auch, weil die das bei den Amis sehen und das cool finden und irgendwie mystisch finden? Glaube ich auch, Digga. Weißt du, wie ich meine? Es ist für mich... Ich bin ja schon ein mieser Schwurbler, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle, ne? Wisst ihr ja. Kennt mich ja. Aber sozusagen alle sind gleich und die sind alle Teufelsanbeter und die machen alle Sacrifice und Babysau so, das ist halt einer zu viel für mich. Weißt du, wie ich meine? Man muss im Individualfall gucken und wie gesagt, Seele verkaufen, Devilshit machen und so, muss nicht mal unbedingt mit Beeinflussung von außen zu tun haben, weil wir haben alle die göttliche und teuflische Seite in uns und die Frage ist, was füttern wir so? Weißt du? Man muss da ein bisschen differenzieren, Freunde. Sagen, sie hat es irgendwie geschafft, immer noch sympathisch zu sein, wenn ich mir jetzt Interviews von ihr angucke oder allein ihre Lachen... Ich muss das einfach ehrlich so sagen, dass diese Frau lustig ist. Ich meine, die ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, also mir persönlich ist sie nicht mehr sympathisch, weil die sich halt auch vollauf widerspricht und auch politisch korrekt macht und so. Ich fand die früher deutlich sympathischer, deutlich sympathischer. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt ein schlechter Mensch ist oder so. Auf keinen Fall. Wen ich nicht so lustig finde, ist zum Beispiel Katja Krasawitz oder 24 Tim, weil das ist für mich einfach nur ekelhaft. Aber ich muss sagen, ich habe die Katja auch schon mal persönlich gesehen und so. Die war mir eigentlich auch sympathisch so. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, inwiefern ich mal mit der... Irgendwas war mal mit ihr. Bisschen über Kindheit, dann habe ich mir auch mal einen Talk von der reingezogen. Ich glaube, so eine Katja ist mir sympathischer als eine Shirin sogar. Auch wenn das jetzt sich hart anhört, auch wenn die scheiß Sachen promotet und so. Aber es ist ein bisschen realer, habe ich das Gefühl. Real, in Anführungszeichen. Zu meinem Fazit der ganzen Kiste und dem Grund, warum ich dieses Video mache, denn ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben. In der ganzen Musikszene geht es am wenigsten um die Musik, denn auch in der amerikanischen Popkultur, Musikindustrie und Co. wird das alles nur genutzt als ein Mittel zum Zweck. Und jetzt fragt ihr euch, was ist denn jetzt der Zweck? Eigentlich ganz einfach. Durch die ständige Wiederholung von bestimmten Symboliken, dem Verherrlichen von Waffen und Drogen und Sex und immer wieder das Gleiche, wird das Unterbewusstsein des Zuschauers manipuliert. Die Zielgruppe des Ganzen sind natürlich sehr junge Zuschauer, die das alles im Unterbewusstsein wahrnehmen und vielleicht noch gar nicht richtig verstehen, was da gezeigt wird oder was sie da eigentlich machen, aber das schon mal alles aufsaugen, um sie auch zu sexualisieren. So assoziieren Kinder auch schon direkt Sex mit etwas Positivem. Und heute sehen wir dann den Feminismus und tausende von Frauen, die jetzt selbstbestimmt leben und mit aberhunderten Männern in die Kiste steigen. Und das soll dann das neue Bild der Frau darstellen. Außerdem sind Frauen in der Szene natürlich primär Lustobjekte. Und der Feminismus der heutigen Zeit hat es geschafft, dass die sogar gerne diese Lustobjekte sein wollen. Ja, Digga, das ist halt sehr, sehr traurig. Mann, das liegt halt daran, dass die gemerkt haben, Sex sells so, weißt du, und die springen halt alle auf den Zug mit auf. Ich habe ein Beispiel, mit dem ich mich auch in letzter Zeit so wieder ein bisschen auseinandergesetzt habe. Junges Mädchen, Alter, war voll gut, gutherzig, jeden Tag Bibel gelesen, dies, das, bla, 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 und hat sich dann von diesem Shirin David Film auch so krass beeinflussen lassen, dass sie jetzt auch Bitch-Musik macht quasi so. Und eine ganz andere Message vertritt als die, für die sie mal, ja, für mich persönlich auf jeden Fall mal stand so. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schade finde. Und das hat auch ihr keiner von außen gesagt oder so. Das ist einfach nur, du ziehst dir das, das ist ein Selbstläufer geworden mittlerweile so. Du ziehst dir diese ganzen Sachen rein, das hat ihr keiner von außen gesagt oder so, sondern das war einfach in ihr, weil sie sich jeden Tag halt diese TikToks und diese Instagram-Sachen reingezogen hat und so und dann automatisch in diese Richtung tendiert ist. Und dann habe ich mir gestern mal wieder was reingezogen und dann habe ich gesehen, scheiße, Decker, das ist voll abgedriftet in diesem Film. Drugs, Bitch sein, rumbumsen, ekelhafte Message verbreiten und nichts mehr mit dem Göttlichen zu tun in der Musik quasi. Ich weiß nicht, wie es privat ist, weil ich keinen Kontakt mehr habe, aber in der Musik quasi einfach nur noch bad vibes. Weil die Leute einfach merken, dass diese, die haben das schon mittlerweile so tief rein integriert in diese ganze Musikindustrie, dass die Leute das automatisch machen, weil die sich einfach nur angucken und das ist in Deutschland extrem, was funktioniert gerade. Und das ist der Shit, der halt funktioniert. So, diese bad vibes kommen halt gut an. Ist halt einfach so. Mit guter Message, positiver Art und Weise und diesen ganzen Sachen. Ich sage, dass wenn mehr Leute das machen würden, würde man auch damit weit kommen, weil es gibt genug Menschen, die auch was Gutes sich anhören möchten und lieber was, was, was Positives, Göttliches feiern würden, als was negativ Teuflisches so. Aber die sind halt so krass erzogen in die Richtung und keiner will mehr ausbrechen. Alle wollen immer nur noch das machen, was funktioniert. Das ist halt ein Riesenproblem. Es muss Leute geben, die dann da wieder ausbrechen und sagen mir, scheißegal, was die Leute sagen. So wie in Kianusch zum Beispiel. Weißt du? So, den seine, du kannst ja auch gut mitverfolgen, was passiert ist. Was für heftige Zahlen, der gemacht hat die ganze Zeit. Dann hat der einmal was gegen Corona gesagt und hat mal ein bisschen den Schwurbelhasen angeschmissen und hat ein paar wilde Sachen in einem Interview mit mir gesagt und dann war das Ding auch wieder durch. Und jetzt seitdem am strugglen mit Zahlen und Label und diesen ganzen Sachen so. Aber der bleibt sich treu, weil er sagt und davon gibt es halt nicht mehr viel, aber er sagt sich und so einer bin ich auch, ich will mir am Ende des Tages in den Spiegel gucken können. Ich will meinem Sohn was Vernünftiges mitgeben können. Ich will was Positives bewegen und verändern. Wenn ich morgen sterbe, bringt mir das nichts, wenn ich sage, ich habe Millionen Streams auf den Song gehabt. Aber wenn ich sagen kann, ich habe wirklich was dagelassen, versucht was zu verändern und die Gesellschaft in eine positive Richtung zu treiben, dann hat das was gebracht, dann hat dein Leben auf der Erde einen Sinn gemacht. Wenn du nur nach Geld und Fame strebst und ein opportunistischer, egoistischer Typ bist, dann lässt du nichts da. So, weißt du wie ich meine? Und ja man, schau doch, es geht raus an Keanu an der Stelle, wie ich jo. Wow. Ich zahle meinen Kaffee selbst, weil ich bin unabhängig. Der Mensch wird durch Musik und Filme so programmiert, dass er bestimmte Dinge in einen positiven Zusammenhang setzt. Zum Beispiel werden in den Videos Alkohol, Reichtum und Sex als Botschaft in den Videos verherrlicht und so wird ein unterschwelliges Produkt verkauft. Menschen werden programmiert und gesteuert und irgendwann denkst du dir, wieso habe ich das gerade getan? Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gekauft? Warum ist mein Kaufverhalten so wie es ist? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Die Dinge, die du dir reinziehst, gehen oft direkt in dein Unterbewusstsein rein und steuern dich von einer Position aus, die du nicht mal wahrnimmst. Das passiert alles unterbewusst im Endeffekt. Weißt du, wie ich meine? Guckst dir irgendwas an, guckst dir eine Serie oder hörst dir einen Song an, es geht in dein Unterbewusstsein rein, dann auf einmal hast du irgendeine Lebenssituation, die damit nichts zu tun hat und dann beeinflusst das deine Entscheidung oder wie du in dieser Lebenssituation handelst. Und das sind die Leute, sich nicht mehr bewusst. Aber umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du, wie diese Dinge dich beeinflussen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel einige Dinge aus meinem Leben verbannt oder versuche dagegen zu arbeiten und mich immer mehr und besser selbst zu fühlen und kennenzulernen, damit ich bewusste, richtige, eigene Entscheidungen treffen kann. Woher kommt das eigentlich? Ja Leute, da haben wir es. Kurz und knackig. Das war das Video. Haut rein. Nein, Spaß. Ich küss dein Herz. Ich wollte euch mit diesem Video mal eine kleine Anregung geben und mal einen kleinen Einblick in mein Gedächtnis zeigen, was ich von diesem ganzen Thema halte. Du bist auf jeden Fall eine miese Schwurblerin und dafür fühle ich dich. Und warum ich das für eine so große Gefahr auch halte, denn es ist ähnlich wie in der Filmindustrie, wenn wir unsere Kinder nur vor die Glotze setzen oder Lieder hören, wo es immer nur um das Gleiche geht, dann werden die Kinder nicht erzogen, sondern programmiert und das ist das, was wir nicht wollen. Deswegen Achtung an der Stelle und ich wünsche euch mal wieder, weil ich so nett bin, einen wunderbaren Tag und schreibt mir gerne rein, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Für alle, die sich genauer mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, war das jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Nicht wirklich, ne. Für alle, für die es neu war, war es was Neues. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse deine Zirbeldrüse, ein gollerne Tin-Man. Der Qualität war brutal von dem Video. Gute Sachen. Ich meine, wir kennen das alles schon, aber ich wollte sie trotzdem nochmal supporten mit der Message an sich. Man muss immer ein bisschen aufpassen, das habe ich ja schon erwähnt, dass man nicht zu weit geht, sage ich mal so. Man kann natürlich in diesem Schwurbler-Alu-Hut-Film, also man kann in diesem Bereich auch dann irgendwann so eine Art Wahnvorstellungen bekommen und dann wirklich alles unter einen Kamm scheren und jeden Menschen, nur wenn du einen Song gemacht hast, musst du den Teufel anbeten zu Hause, das darf man halt nicht zulassen, weißt du? Menschen sind immer noch unterschiedlich, nicht jeder ist gleich, du kannst nicht alle Menschen unter einen Kamm scheren und du solltest das, vor allen Dingen den Glauben an das Gute nicht verlieren. Man sollte immer, ich gehe immer so ran, dass ich sage, ich versuche das Beste in den Menschen zu sehen und gebe denen die Chance und wenn die mich enttäuschen, dann enttäuschen die mich halt, aber ich versuche immer positiv zu bleiben und von der positiven Richtung auf die Dinge zu gucken, weil von dieser pessimistischen, negativen Richtung dann wird dein eigenes Leben auch ein bisschen negativer werden mit der Zeit, weißt du? Lass dich davon nicht so krass beeinflussen, ich liebe dich, wir sehen uns im nächsten Video, schreibt eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, Peace out.